Herzlich Willkommen bei Not The Coach Potato. Wir sind Sarah und Dominik und in unserem Podcast nehmen wir dich mit durch die Welt unserer Gedanken zum Thema Mindset und Persönlichkeitsentwicklung. Wir bieten euch eine gesunde Mischung aus Humor, Mehrwert und Real Talk und werden euch aus eigenen Erfahrung und Wissen inspirieren. Viel Spaß! Hallihallo-Hallöchen, ihr wundervollen Menschen da draußen, liebe Zuhörer. Und hallo Sarah. Hello, hello, hello zum neuen Poddy-Poddy-Podcast. Oh, das ist ein gutes Wort. Poddy-Poddy-Podcast. Podcast, jawohl. Sehr schön. Wir haben schon richtig gute Laune, denn wir haben letzte Woche über das Thema Grübeln gesprochen und wenn ihr euch noch daran erinnert, habe ich mir etwas vorgenommen und tatsächlich habe ich damit gestern angefangen. Und zwar führe ich jetzt wieder ein Journal zum Thema Grübeln und schreibe mir abends so ein paar Sachen auf, damit das Grübeln abends nicht mehr so schwerfällt oder man nicht so lange drüber nachdenkt. Ganz genau. Also Sarah, danke nochmal für deinen Impuls. Ich habe den natürlich sofort aufgenommen, ne? Yeah, sehr gut. Und heute, ihr Lieben, wollen wir über ein, ja, schon ein ernstes Thema sprechen, aber das kann man auch mit ein bisschen, ich sag mal, mit ein bisschen Humor nehmen, das Thema Hashimoto. Gesundheit. Genau, Gesundheit. Es geht um das Thema Hashimoto, denn, ja, der eine oder andere von euch kennt das vielleicht, das Thema, das ist ja eine Stoffwechselerkrankung in der Schilddrüse, aber da wird Sarah gleich was, glaube ich, viel besser zu erzählen können, weil es betrifft nämlich auch die Sarah, denn sie hat das Thema Hashimoto vor ein paar Jahren erfahren. Und, ja, Sarah, was ist denn überhaupt Hashimoto? Kannst du das mal erklären? Ja, also ich bin jetzt keine Ärztin, leider Gottes. Irgendwie denke ich mir mittlerweile, ich wäre gerne eine und ich glaube, ich hätte es am liebsten mal irgendwie in die Schiene, hätte ich mal gehen sollen. Weil es ist echt alles ziemlich interessant, muss ich sagen, aber man eignet sich ja viel selber an und man versucht ja auch die Dinge zu verstehen und dann liest man sich natürlich ganz, ganz, ganz viel ein. Aber da komme ich gleich nochmal drauf zu. Also ja, Hashimoto ist eine chronische Autoimmunerkrankung der Schilddrüse und die Folge daraus ist eine Schilddrüsenunterfunktion. Also wie es auch bei mir so ist. Also ich habe definitiv eine Schilddrüsenunterfunktion und eben diese Autoimmunerkrankung habe ich halt in mir, also in meinem Körper. Wir hatten ja die letzten Male auch viel über Gesundheit und über Immunsystem gesprochen, was ja natürlich super ist. Also du hast ja die besten Beispiele auch genannt und es ist ja so, dass, also bei dieser Autoimmunerkrankung ist es so, dass eine Fehlleitung des Immunsystems im Körper quasi vorliegt. Ja, also normalerweise ist das Immunsystem ja dafür ausgelegt, Fremdkörper im Körper zu vernichten. Also Fremdproteine, Giftstoffe, Bakterien, Viren. Und bei einer Autoimmunerkrankung greifen die Immunzellen jedoch das körpereigene oder die körpereigenen Zellen im betroffenen Gewebe ab. Und in dem Fall ist es eben so, dass die Schilddrüse angegriffen wird. Genau. Und das ist quasi das, was im Körper passiert. Also der Körper kämpft gegen einen selber, ja, sozusagen. Ganz genau. Also die Schilddrüse wird angegriffen. Das heißt, genau, der kämpft quasi gegen meine eigene Schilddrüse. Und also Schilddrüse kennen ja eigentlich alle wahrscheinlich, gehe ich mal ganz stark davon aus. Also Schilddrüse ist ein extrem wichtiges Organ, gerade bei Frauen. Also Schilddrüse ist so ein, mein Arzt hat mir das immer so schön erklärt, so ein schmetterlingförmiges Organ, was direkt unter dem Kehlkopf quasi sitzt. Also es sitzt, ja, direkt hier. Also ich zeige, ihr seht ja nichts. Also direkt unter dem Kehlkopf. Das ist aber eine schöne Erklärung. Schmetterlingsförmiges Organ, was dann so Hormone ausstößt. Genau, weil sie umschließt, ähnlich wie eben so ein Schmetterling, mit zwei Flügeln, die Luftröhre und den Kehlkopf. Genau. Und das ist, wie gesagt, ein extrem wichtiges Organ. Man kann auch ohne Schilddrüse leben. Das ist kein Problem. Also es gibt ja auch viele Frauen, die keine Schilddrüse mehr haben. Allerdings muss man dann ein Leben lang Tabletten nehmen. Und vor allem, was wichtig ist, man muss richtig, richtig gut eingestellt sein. Also das heißt, man kann, wenn man so eine Schilddrüse über- oder unterfunktion hat oder jetzt Hashimoto, sage ich jetzt mal, das mit Medikamenten so einstellen, dass man eigentlich ein zum größten Teil normales Leben führen kann, oder? Genau. Also genau. Nur ist es da, dass viele Ärzte leider Gottes auch nicht ganzheitlich das Ganze betrachten. Also es war auch bei mir ehrlich gesagt der Fall. Klar, man kriegt dann als erstes mal Medikamente verschrieben. Ja, und dann denkst du eigentlich so, ja super cool, jetzt geht es wieder bergauf und jetzt ist alles perfekt. Aber Pustekuchen ist es trotzdem nicht, wenn du dich nicht an gewisse Sachen hältst. Und da schauen die Ärzte leider nicht drauf. Wie gesagt, die Ärzte verschreiben einfach Medikamente und sagen dann, super, hier, das macht die Werte wieder einigermaßen ins Gleichgewicht. Und dann haben sie Glück. Ja, aber so ist es nicht. Ja, du weißt ja, Sarah, ist ja einfach. Blutbild, ja, ganz genau. Nur weil Werte im Blutbild, ja, das ist halt nicht das Gleiche, ne? Weil Blutbild ist das eine und sich wohlfühlen und gut fühlen, was der Körper quasi sagt, ist das andere. Ist halt einfach so. Also wenn man das mal so sehen kann, wir kennen ja, ich will jetzt hier kein Verschwörungstheoretiker sein oder so, ich nehme ja auch mal Schmerztabletten oder mal dies, mal das, aber eher seltener. Ja, aber es ist ja so, es wird erst mal nur das Symptom behandelt, aber nicht die Ursache, ne? Und man geht erst mal darauf, dass man die Symptome in den Griff kriegt und die Ursache, ob es jetzt eventuell an einem Vitaminmangel herpert, an einem Mineralstoffmangel, an irgendetwas, das muss man dann selber aus der eigenen Tasche bezahlen, um dann zu wissen, Mensch, was ist denn da überhaupt bei mir los? Und das finde ich ein bisschen schade, denn wir sollten anfangen, erst die Ursache zu bekämpfen, und dann gibt es auch keine Symptome mehr. Das ist jetzt einfach nur mal so eine Meinung von mir. Ja, aber es ist tatsächlich so, ja. Ja, und Sarah, wann hast du denn erfahren, dass du das Thema Hashimoto auf dem Tisch hast, so für dich? Und wie bist du damit erst mal umgegangen? Ja, also das ist also angeblich, ja, ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber sagen wir mal roundabout, also richtig Wissen zu 100 Prozent weiß ich seit letztes Jahr November durch eine ganz normale Routineuntersuchung, durch Blutbild, also Blutbild ist es tatsächlich, und da wurden eben, im Blutbild waren eben die Antikörper eben extrem erhöht, also so der Durchschnitt sollte eigentlich so sein, höchstens bei 60, also sagen wir mal zwischen 40 und 60, und bei mir war er dann einfach mal bei 400, ja, und das ist halt natürlich sehr, sehr hoch. Und da bin ich dem Ganzen so auf den Grund gegangen, tatsächlich draufgebracht hat mich sogar, glaube ich, mein Frauenarzt, und ja, dann bin ich eigentlich zu verschiedenen Ärzten gerannt. Und was war, war die zweite Frage, wie ich mich gefühlt habe und wie ich damit umgegangen bin, ne? Wie bist du damit umgegangen, ja? War das für dich ein einschneidendes Erlebnis? Warst du geschockt? Warst du, wie bist du damit umgegangen? Ja, ich muss sagen, ich war ziemlich, ziemlich fertig mit der Welt, weil ich bin eben ja so ein Typ, ich achte sehr auf alles, ne? Ich schaue sehr, dass alles läuft, dass der Körper so läuft, wie er soll, natürlich läuft nicht immer alles perfekt und so, aber ich war schon sehr fertig, zumal ich eben, da gehen wir jetzt nochmal auf das Thema ein, was du gerade gesagt hast, ich habe effektiv ja auch keine Antworten von Ärzten bekommen, ja? Also, weil wenn ich zum Arzt gehe und sage, ich habe eventuell Hashimoto, könnten Sie mir bitte da die Lösung geben, was muss ich tun? Dann war, wie gesagt, die einzige Variante, ja, hier haben Sie Tabletten und dann geht das schon wieder. Nee, es ist aber nicht so, weil es bekämpft nicht meine Schübe, nicht meine Symptome und das war eben das, was mich ehrlich gesagt so fertig gemacht hat, ja? Es war nicht so, ja, Sie haben jetzt Hashimoto und ja, das ist okay, weil man kann gegen alles was machen, aber mich hat eben so fertig gemacht, dass ich keine Antworten bekommen habe, ja? Ich habe einfach keine Antworten mit Ratschlägen oder Lösungen bekommen, das musste ich mir alles selber raussuchen, aneignen, durchlesen, ausprobieren, ja? Wir haben ja öfter mal im Podcast, habe ich ja öfter mal gesagt, dass ich gerade Selbstexperimente mache und das war unter anderem, waren auch Selbstexperimente, ja? Ich habe meine Ernährung umgestellt, ich ernähre mich nicht immer tatsächlich, aber überwiegend laktosefrei, versuche ich, glutenfrei, ich schaue nicht zu viel Zucker zu mir zu nehmen. Und das hat alles nichts damit zu tun, weil ich irgendwie abnehmen will oder so, weil von der Schiene bin ich ja schon lange wieder weg, weil das ist auch total kontraproduktiv, sondern wirklich einfach nur, dass ich nicht diese Schübe bekomme, weil durch die Schilddrüsenunterfunktion habe ich einfach Schübe, so kann man das nennen. Es ist wirklich so, sagen wir mal, ich ernähre mich einen Tag echt scheiße, ja? Dass ich zum Beispiel zu viel Zucker esse und wirklich nicht darauf achte, was ich esse, dann merke ich es zum Beispiel ganz schnell, dass mir extrem kalt ist. Ich habe ein totales Kälteempfinden, ich habe arschkalte Hände, richtig kalt, ich kriege Verstopfung, ja? Das ist einfach so. Ja, und ansonsten, was hatte ich noch durch die Schilddrüsenunterfunktion? Ich hatte Schlaf, nicht Schlafprobleme, ich war, nee, das ist ein falsches Wort, Schlaf, nicht Schlafprobleme, sondern müde, also Müdigkeit, erschöpft, Haarausfall. Was hat es mit dir mental gemacht? Was hat es mit dir mental gemacht? Nicht nur körperlich, also Haarausfall, du musstest deine Ernährung umstellen, du musstest dein Sportverhalten umstellen, du hast Haarausfall, du hast Verstopfung, du hast so, was würdest du sagen, hast du mental davon auch mitgenommen? Also gibt es da auch mental, wenn du so einen Schub hast, etwas, wo du sagst, boah, ich bin antriebslos, ich bin trauriger? Extrem, extrem, ich bin, ich würde fast schon sagen, also, depressiv ist jetzt vielleicht das zu krasse Wort, depressiv würde ich es jetzt nicht nennen. Mental angeschlagen? Ja, ich stelle alles in Frage, auch so gefühlsmäßig, also gegenüber meinem Partner natürlich auch, also es hat auch damit zu tun, du hast auf nichts mehr Lust, abgesehen davon, von körperlichen Zuneigung, hast du überhaupt gar keinen Bock drauf, es ist halt einfach so. Ja, es hat mental schon viel mit mir gemacht, also es ist tatsächlich eine Achterbahnfahrt der Gefühle, muss ich sagen. Ja, und viele glauben das nicht, aber die Schilddrüse, ich will es hier nochmal eindrücklich sagen, ist ein wichtiges Organ zur Hormonproduktion, gerade wir Frauen. Ich weiß ja selber, bei mir hat sich auch gerade einiges hormonell umgestellt, aber da arbeitet die Schilddrüse ja auch auf Hochleistung. Erst Schwangerschaft, danach, oh, jetzt nicht mehr schwanger, jetzt aber die Mama möchte gerne stillen und nach dem Stillen dann, oh, so, jetzt machen wir wieder andere Hormone, denn sie will wieder sie selber sein gefühlt. Deswegen, man darf das nicht unterschätzen, die Schilddrüse ist auch ein Hormonlieferant, der gerade für auch solche Zustände in Betracht gezogen werden muss, ne? Ja, die man dann manchmal hat. Ganz genau, und ich finde es auch ganz wichtig, dass, wenn man irgendwelche Symptome hat, wie eben zum Beispiel Müdigkeit oder Haarausfall oder so, wie gesagt, dass du einfach mal kontrollierst deine Schilddrüsenwerte, ja? Weil, wie gesagt, viele Ärzte was machen, du gehst zum Arzt und sagst, ja, ich bin ständig müde, ich habe Haarausfall, ich habe Verstopfung, ja, viele Ärzte gucken dann nicht eben auf die Schilddrüse. Und wenn, dann gucken sie nur auf gewisse Werte und das war's dann. Also sie graben nicht tiefer, ja? Man muss da ein bisschen tiefer graben, weil es sind nochmal andere Werte. Extrem. Vielleicht für die, die es nicht wissen, manche, wenn man so ein Blutbild macht, ja, dann macht man Schilddrüse mit, dann sieht man ein bisschen was, aber es gibt, wie ich auch gesagt habe, ich glaube, Sarah kennt das ein bisschen besser, ich habe in der Familie auch jemanden, der sich so mit dem Thema Vitaminien und Mineralien im menschlichen Körper befasst. Und es gibt gewisse Punkte, die man abklären sollte von der Vitaminbasis her, von der Mineralienbasis und das bezahlst du meist selber. Ich weiß nicht, wie das bei euch in Südtirol ist, bei uns in Deutschland zahlst du selber, kostet glaube ich 150 Euro. Wenn ihr mal eure Vitamine abnehmen lassen wollt, wie Vitamin 3, K2, D, B12, was es da alles gibt, ja, Selen, dies, das, also es gibt da super viele Sachen, um einfach wirklich mal zu gucken, habe ich einen Mangel oder nicht, ne, also meine Mutter hat kein Hashimoto, hat aber auch was mit der Schilddrüse und dadurch hat sie Probleme mit den Augen, ja. Und da ist herauskristallisiert worden, hey, durch so einen Vitaminscheck im Blut, das und das fehlt, das kann man jetzt zuführen und es wird besser. Also es gibt Möglichkeiten, aber das erzählt euch kein Arzt, da müsst ihr wirklich selber, oder Sarah, was würdest du sagen, da muss man selber hinterher sein, ne? Da muss man wirklich selber hinterher sein, weil bei mir wurde dann ja auch nur der ganz normal, der allgemeine Wert abgenommen, der TSH-Wert und erst als man dann wirklich gesagt hat, nein, wir müssen da wirklich gucken, ob es nicht vielleicht doch, wie gesagt, mehr bei der Schilddrüse ist, also es war ganz am Anfang, dann wurden erst die ganzen anderen Sachen abgenommen, wie das FT3, das freie FT4, das inaktive T3, die TPO-Antikörper, die TSH-Rezepte, also da gibt es so viele Sachen, aber wie gesagt, das machen Ärzte nicht immer freiwillig. Es ist leider Gottes so und da muss man wirklich hinter sein, das wirklich zu sagen, okay, ich will das jetzt wissen, ich möchte jetzt da auch eine Lösung finden, ja. Also wie gesagt, ich habe es zum Glück ganz gut hinbekommen jetzt, ich bin gut eingestellt von meinen Werten, also einmal von meinem Blutbild, mache dafür aber auch natürlich viel, viel selber. Also bist du auch gut vom Mindset eingestellt, nicht nur körperlich von den Werten, sondern es kommt auch auf deine Einstellung an, wie du damit umgehst, ne? Genau, plus kontrolliere ich es selber alle zwei Monate und du hast gerade ja auch die Frage gestellt, du weißt nicht, wie es hier ist, mit dem selber zahlen. Wir müssen die Blutwerte immer selber bezahlen und das mache ich alle zwei Monate dann auch freiwillig, ja, weil ich möchte ja wissen, okay, wie sind meine Werte derzeit. Plus kontrolliere ich eben, dass ich mich an die Regeln, an meine eigenen, meine eigenen gestellten Regeln halte, ne? Mit dem A, mit dem S, Stressfaktor. Stress ist ein ganz, 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 ganz großes Thema, aber auch bei Hashimoto. Da sprichst du was Gutes an, weil, Kurt, was produziert die Schilddrüse am meisten im Stress? Cortisol. Und Cortisol ist nicht nur schlimm für die Schilddrüse, sondern man wird davon krank, die Arterien verkalken, zu viel Cortisolhaushalt macht dich nicht mehr so wirklich stressbelastbar. Es ist nicht gesund für den menschlichen Körper. Genau, Cortisol ist ja so ein krasses Nebenprodukt von Stress. Genau. Und deswegen, ähm, da achte ich drauf und, ähm, ja, wie gesagt, mittlerweile bin ich eigentlich gut dabei, ähm, ich bin gut eingestellt und alles andere, ähm, ja, muss man dann halt auch wirklich ein bisschen runterschrauben, ne? Wie gesagt, ich habe mein Sportverhalten auch runtergeschraubt, eben durch den Stress, ja, weil Stress ist, äh, total kontraproduktiv, also muss man da auch ein bisschen schauen. Egal ob positiv oder negativ, ne? Egal ob positiv oder negativ, Stress ist Stress, genau. Ganz genau. Sport ist natürlich gut bei Hashimoto, aber eben auch da, ähm, schauen, dass man natürlich nicht, ähm, zu viel Sport macht, ne? Den Puls nicht zu, äh, hoch hat und halt all solche Geschichten, ja. Mhm. Das heißt, auch für die Zuhörer, am Anfang war es erstmal ein Schlag ins Gesicht, so war es so eine Diagnose zu kriegen, glaube ich, weil man weiß, man muss auf einiges verzichten, man muss auf vieles achten. Es gibt natürlich auch Menschen, die denken sich, ach, naja, habe ich zwar, aber okay, ähm, aber du bist ein Mensch, der da sehr diszipliniert ist, wo ich mir auch öfter noch eine Scheibe von abschneiden kann, ähm, da wirklich, was würdest du sagen heute, ist es, wenn man sich gut informiert, wenn man achtsam mit sich ist, ist es einfach damit zu leben oder kann man leichter damit leben und das einbauen in sein Leben oder ist es eher auch eine Sache, die schwieriger ist, mit so einer... Meinst du jetzt mit Hashimoto zu leben? Hashimoto, ganz genau. Ähm, nee, also man kann definitiv gut damit leben, wenn man achtsam ist und auf, ähm, nicht nur achtsam, sondern auch diszipliniert ist, sich wirklich an gewisse Dinge zu halten, ne, und körperbedacht ist. Also wenn man sagt, alles klar, ich gehe jetzt aufs Ganzheitliche, ich gehe auf alles, auf meine komplette Gesundheit, ich achte auf mich selber, denn es tut mir gut und dann kann man ganz normal gut damit leben. Wie gesagt, ich muss jeden Tag Medikamente nehmen und ich nehme auch viele Supplements, ne, hatten wir auch schon mal das Thema, nehme ich auch zusätzlich, ähm, eben für die Schilddrüse, Selen, eben, ja, Vitamin D3 und so, nehme ich alles. Ähm, und wenn man da diszipliniert ist, weil das hat mit Disziplin zu tun, weil du musst einfach mal jeden Tag Medikamente nehmen, ähm, die du freiwillig dann dazu noch nimmst, ähm, dann kannst du damit super gut leben und, äh, alles ist toll. Du musst halt wirklich dich, äh, oder dir auch eingestehen, man muss sich ein bisschen einschränken, ist so. Aber wenn du dann weißt, wofür du es tust und dir da dessen bewusst bist, dann ist das alles ganz in Ordnung. Sehr schön. Ja, ich, äh, also ich, äh, ich bin froh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich nicht da auch noch damals hier geschrien habe, ach, ich nehme das auch noch mit, weil, ähm, ich bin nicht so diszipliniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich arbeite jetzt wieder an meiner Disziplin, aber, aber auch ich nehme, obwohl ich nichts habe, nehme Supplements, weil du das gerade so schön gesagt hast. Ich nehme auch Vitamin B12, Omega 3, äh, K2, D3, also es gibt so viel, was man zusätzlich nimmt, Eisen, Zink, äh, Vitamin C, Kollagen, whatever. Also guckt genau, was für eine Mischung braucht ihr, um, ähm, weil ihr, euer Körper ist das Einzige, was ihr habt in diesem Leben. Und wenn damit irgendetwas ist, seid ihr für euch nicht mehr leistungsfähig. Es geht mir jetzt nicht um hier Leistungsgesellschaft, sondern der Körper ist nicht mehr leistungsfähig. Die einfachsten Dinge passieren bei euch nicht mehr. Euch fällt es schwer, sich zu konzentrieren. Ähm, der Körper seine Wärme zu halten. Sarah hat immer kalte Finger. Also so eine Sache, es ist wichtig, dass ihr eurem Körper die Signale hört, seht, fühlt und dann auch etwas dagegen tut, ne. Und ich denke, du hast genau das Richtige, da du so achtsam bist mit deinem Körper. Und ich gehe lieber einmal mehr zum Arzt, als einmal zu wenig, sage ich euch ganz klar, wie es ist. Ne, also macht euch da nichts vor. Und sich da auch wirklich, äh, da ein bisschen hinter klemmen und auch ein bisschen Druck machen, ne. Also wirklich sagen, hey, ich hab das und das, ähm, bitte lass uns das mal kontrollieren, ähm, dann sollte das auch jeder Arzt eigentlich machen. Ja, weil nur du selber weißt, was in deinem Körper wirklich vorgeht. Und, ähm, nur du kannst es kommunizieren. Ja, äh, also ein, ähm, spannendes Thema. Auch gerade das Thema Hashimoto war mir auch noch nicht so bewusst. Ich wusste, das gibt es. Hört sich an wie so ein Pilz aus China. Irgendwie. Ja, genau. Könnte man das essen. Aber, ähm, ja, ähm, es ist eine Volkskrankheit, kann man sagen. Damit leben viele Menschen, soweit ich weiß. Also ich kenne so einige in meinem Umfeld, die das Thema haben. Ja, und ganz viele. Und ich denke, damit kann man, wenn man gut vorsorgt, kann man gut leben. Trotzdessen. Genau. Sarah sieht, glaube ich, gerade eine Spinne. Weil wir sehen uns nämlich, Sarah und ich, wenn wir den Podcast aufnehmen, sehen uns nämlich. Okay, ihr Lieben, in diesem Sinne wünsche ich euch, ähm, einen wundervollen Start in euren Sonntag, wann auch immer ihr den hört, oder einen schönen Ende eures Sonntages. Und, äh, wie auch immer. Ähm, ja, danke, Sarah, dass du so ein bisschen Einblicke auch in das Thema Hashimoto gegeben hast. Jetzt wissen auch die Zuhörer mal so ein bisschen, was bei dir gesundheitlich so wirklich los ist. Und ich denke, wir hören da in den nächsten Wochen, Monaten nochmal so ein bisschen mehr auch auf, äh, einige Themen. Ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. In diesem Sinne sage ich danke, Sarah, danke an euch und es war mal wieder eine mächtige Freude. Ja, genau. Ja, danke, danke, danke. Und, ähm, ja, bis bald auf jeden Fall. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 Ciao.